Hi, ich bin Stefan und ich habe mich darauf spezialisiert, die Tiefpunkte von Aktien fundamental und technisch zu bestimmen. Und heute wollen wir uns einmal die Meta-Aktie anschauen. Wenn wir uns einfach mal die Stimmung angucken, die momentan so bei Meta herrscht, dann stellt sich überall die Frage, hey, sollten wir jetzt verkaufen nach den minus 15% und so weiter. Das ist so der Tenor, der zumindest auf YouTube momentan herrscht. Und wenn ich hier bei meinem Depot bei Freedom24 mal schaue, wie gerade die Nachrichtenlage ist, dann sehe ich, dass der Großteil der Nachrichten eher so neutral ist. Ja, also hier gelb markiert bis positiv. Also die Stimmung, die ist so, ja, ich würde mal sagen so la la momentan, wenn es um die Meta-Aktie geht. Ja, dann lass uns mal schauen. Also wir haben hier unten unsere Einstiegszeitpunkte gehabt, hier in grün markiert. Ja, also ich habe da immer ja relativ harte Kriterien, bis ich überhaupt erst mal sage, dass man jetzt in so eine Aktie einsteigen könnte. Das ist jetzt natürlich schon lange her, der Aufwärtstrend läuft jetzt seit Ewigkeiten. Ja, wir haben jetzt diese wunderschöne Aufwärtsbewegung, 493% plus. Wenn wir die Bewegung mal so ein bisschen stärker zerlegen, in so ein paar Teilbewegungen, sehen wir, dass wir jetzt häufig so Rücksetzer hatten, die so in die Größenordnung so 12, 13% gingen. Und jetzt hier dieser Rücksetzer mit minus 18% war jetzt durchaus so einer der stärksten Rücksetzer, die jetzt bislang in diesem Aufwärtstrend stattgefunden haben. Und da stellt sich jetzt jetzt auch ein bisschen die Frage, was für ein Szenario könnte sich jetzt einstellen in nächster Zeit. Ja, also ich könnte mir hier sowas durchaus vorstellen. Vielleicht einmal kurz zur Erklärung. Hier war der Einstiegszeitpunkt nach meinem System. Und dann hatten wir hier so ein paar Vorschläge, wann man mal so seinen Stopp nachziehen konnte. Ja, und da halt eventuell auch Teilverkäufe machen. Und ja, danach ging es dann halt ordentlich runter. Und du kannst hier unten, sind meine mittelfristigen Trends, ja. Und wie sowas halt normalerweise stattfindet, ist, du hast immer so Aufwärtsphasen, wie jetzt hier zum Beispiel diese Phase von da nach dort, ja. Dort haben wir wirklich starke Kursgewinne. Dann haben wir so eine Erholungsphase. Hier haben wir dann nochmal den Versuch irgendwie auszubrechen. Das hat dann aber nicht wirklich funktioniert, ja. Also hier diese ganze Phase von dort bis dort. Da dauerte es dann halt einfach so ein bisschen. Und hier hatte sich dann wieder eine wirkliche Aufwärtsbewegung etabliert, die dann hier jetzt im Endeffekt zu Ende war. So, das heißt, wir haben jetzt hier diese Aufwärtsbewegung von dort unten nach da oben. Kann man, denke ich, vor allem einfach in zwei große Abschnitte unterteilen. Wir haben einmal diesen ersten Abschnitt und dann den zweiten Abschnitt. Und solch eine ähnliche Situation haben wir jetzt halt auch hier, ja. Das heißt, wir hatten hier diese extreme Aufwärtsbewegung. Am Ende von dieser Aufwärtsbewegung, der Zeitpunkt, der war ungefähr hier. Das ist auch ungefähr der Bereich, wo ich dann rausgegangen bin, ja. Und dann hat sich aber nochmal eine zweite Aufwärtsbewegung angeschlossen. Damit hatte ich jetzt persönlich nicht gerechnet, aber muss ja auch nicht sein. Ja, also ist ja nicht schlimm bei einer Gewinnmitnahme, wenn da ein bisschen früher rausgeht. So, und dann gegen Ende hier kamen dann halt wieder die Ausstiegssignale und danach war der Trend dann auch wirklich vorbei, ja. Und jetzt ist halt so ein bisschen die Frage, was kommt. Kommt jetzt nochmal eine dritte Aufstiegswelle, ja. Oder wird es jetzt eher so sein, dass wir jetzt eine Abwärtsbewegung bekommen. Ein ganz schöner Blick, der uns da vielleicht hilft, ist der Blick auf die Saisonalitäten. Also, du kannst es hier sehr schön sehen. Bei der Meta-Aktie ist es eigentlich so, dass wir beginnend hier ungefähr so im November, ja. Dann bis zum Juli wir eigentlich eine sehr schöne Aufwärtsbewegung haben. Hier in Rot, das ist jetzt der aktuelle Zeitpunkt. Und wenn wir jetzt von dort einfach mal bis zum Juli gehen, dann ist es halt so, dass wir so in 75% der Fälle in den letzten 12 Jahren hier eigentlich eine sehr positive Rendite hatten. Und positiv heißt an der Stelle sowas irgendwas inzwischen 15 und 20%, die es potenziell noch nach oben gehen könnte. Wenn wir uns mal anschauen, was könnte bis Ende des Jahres passieren, da ist das Interessante, dass wir nur in einem Jahr mehr als 25% Rendite hatten. Auf diesem Zeitraum von jetzt bis Ende des Jahres. Und dementsprechend ist halt der Großteil der Gewinne wirklich jetzt eigentlich in den nächsten Monaten vielleicht nochmal zu finden. So, wenn wir uns das anschauen, von jetzt bis die nächsten Monate, 14-15%, das wäre interessanterweise ungefähr nochmal so ein Ansteigen auf die Höhe des letzten Hochpunktes, ja. Das heißt hier die 500 könnte man damit dann theoretisch nochmal so durchschlagen und dann geht es halt darum, geht es jetzt weiter rauf oder nicht. Lass uns als nächstes mal schauen, was wäre denn so eine faire Bewertung für die Meta-Aktien. Dazu starten wir einmal mit der unternehmerischen Entwicklung. Wir haben hier die 1200 Milliarden Marktkapitalisierung aktuell, das heißt wir sind noch ein bisschen hier oben drüber. Also hier oben liegt unsere Marktkapitalisierung aktuell. Hier unten drunter habt ihr das zugrunde liegende Unternehmen. Wenn wir die Marktkapitalisierung einmal rausnehmen, kannst du hier sehr schön sehen, dass wir eine sehr positive Entwicklung im Endeffekt im Geschäftsmodell hatten über die letzten Jahre. Und auch die Prognosen jetzt für die Zukunft, also hier 2025, 2026, 2027 sind sehr sehr positiv. Und wenn wir genau diesen Blickwinkel jetzt einmal auf die Aktie werfen, ja, das heißt wir gucken einfach mal, wie war das denn in den letzten sieben Jahren bei der Aktie, wie teuer war die Aktie im Vergleich zum Gewinn, im Vergleich zum Umsatz oder halt auch im Vergleich zur Größe des Unternehmens. Da sehen wir, dass wir momentan so ein bisschen zu teuer sind, ja, und zwar sind wir ungefähr 8,5% oberhalb des fairen Wertes, der ungefähr bei 431 US-Dollar liegt. Und die Schwankung bei der Meta-Aktie liegt so ungefähr um 25% ober- bzw. unterhalb von diesem Wert. Wenn wir uns das Ganze im Chartbild einmal anschauen, sehen wir, dass der faire Wert jetzt gerade hier ist. Und dass dieser Bereich, in dem die Aktie sich historisch immer bewegt hat, jetzt dieser hier ist. Du kannst auch sehr schön sehen, dass hier der obere Grenzwert von unserem fairen Wert, dass der auch ziemlich genau wieder dem höchsten Wert in der Bewegung entsprochen hat. Also der liegt auch mit kleinen Tacken oberhalb, aber du siehst, wir sind an diesem fairen Wert quasi gedreht. Ja, also in ungefähr zwei Drittel aller Fälle müssen wir halt hier in diesem Bereich liegen und jeweils in ungefähr 16% liegen wir auch oberhalb bzw. unterhalb von dem Bereich. Und dementsprechend würde ich sagen, sind wir momentan halt so im oberen Drittel ungefähr von unserem fairen Wert. Wenn wir uns das jetzt einfach mal anschauen, würde ich persönlich erstmal sagen, wenn du jetzt überlegst in die Meta-Aktie zu investieren, sieht es momentan auf den ersten Blick erstmal nicht so aus, als wäre das eine sinnvolle Strategie zum aktuellen Zeitpunkt. Ich denke, das absolute Best-Case-Szenario, ja, also was so maximal passieren könnte, wäre hier so ein Wert um die 650 US-Dollar rum, ja. Also das wäre so der Bereich, wo ich sagen würde, okay, das halte ich noch für realistisch, dass das passiert. Ein Ansteigen darüber hinaus wäre erstmal sehr, sehr untypisch. Wir haben ja gerade Wachstumsaktien-Woche auf dem Kanal, das heißt, wir gucken uns jetzt ja gerade die Meta an. Als nächstes kommt Alphabet und dann kommt Microsoft und in vier Wochen wiederholt sich das Ganze wieder. Das heißt, wenn du bei den Aktien auf dem Laufenden bleiben willst und immer wieder regelmäßig Updates zu den Aktien haben möchtest, lass auf jeden Fall mal ein Abo da. Das ist übrigens auch richtig cool bei Freedom24, dem Broker, wo ich bin. Da können wir uns auch immer die Quartalzahlen oder halt auch die Jahreszahlen angucken. Und wenn wir das jetzt einfach mal kurz machen, wie die Quartalzahlen jetzt bei Meta waren, stellen wir halt fest, dass wir auf jeden Fall ganz schönes Wachstum jetzt hatten im Vergleich zum März des Jahres zuvor auf jeden Fall. Und ja, dementsprechend würde ich sagen, sieht es eigentlich gerade sehr, sehr gut aus bei Meta. Auch wenn jetzt im Vergleich zu Q4 unsere Umsätze relativ gering waren, aber das ist auch gewisserweise normal. Gerade Werbeumsätze sind natürlich so um die Weihnachtszeit nochmal ein bisschen höher. Ja, wenn wir das Ganze jetzt einmal zusammenfassen, was wir jetzt gerade gesehen haben, dann haben wir jetzt halt diese lange Aufwärtsbewegung, die ja aufgeteilt war in diese beiden Teilbewegungen. Und so wie es meiner Meinung nach jetzt aussieht, endet diese Aufwärtsbewegung jetzt erstmal. Du kannst auch hier unten sehen, dass wir jetzt von dieser Aufwärtsbewegung sogar in einer Abwärtsbewegung gewechselt sind. Das letzte Mal, dass wir in einer Abwärtsbewegung gewechselt sind, ist jetzt schon eine ganze Weile her. Das war nämlich hier hinten. Also wenn ihr euch das mal anschaut, hier haben wir jetzt vielleicht mal so ein ähnliches Beispiel. Hier ging es ja auch erstmal rauf, hier sind so mehrere so Schüben, wie du hier unten sehr schön erkennen kannst. Und dann ging es hier halt in so eine Abwärtsbewegung rein. Die wurde dann wieder abverkauft und es ging rauf. Und hier war es dann so, hier sind wir halt in eine Abwärtsbewegung reingegangen. Und hier hinten war es dann so, da sind wir halt auch in eine Abwärtsbewegung rein. Und dann war es aber so, dass wir dann halt auch wirklich abverkauft wurden. So und jetzt ist halt so die Frage, was gerade passiert. Wir sind auf jeden Fall in so einer Transitionphase, wo jetzt gerade sich entscheidet, hey geht es weiter rauf oder geht es weiter runter. Ich persönlich glaube, aufgrund der Dinge, die wir uns gerade angeschaut haben, der Saisonalität, des fairen Wertes, der Entwicklung im Unternehmen, dass wir langsam an einen Punkt kommen, wo wir eine Erholung haben sollten. Es ist sehr ungewöhnlich, dass diese Bewegungen so weit laufen, diese 493%. Da reden wir auf jeden Fall von einer Ausnahmesituation, von weniger als 5% der Aktien, die wirklich solche extremen Bewegungen machen. Und deswegen würde ich dir halt auf jeden Fall schwer empfehlen, dass du dir mal überlegst, hey wie sichere ich jetzt meine Gewinne ab. Ich persönlich habe ja so mein automatisches System, das nimmt einfach diese Bewegungen so weit wie möglich mit. Das habe ich jetzt nochmal ein bisschen optimiert, sodass ich jetzt sicherlich auch immer noch dabei wäre bei Meta. Und ja, so muss man einfach immer gucken, dass man immer besser wird, sich immer besser positioniert. Auf jeden Fall hoffe ich, dass du jetzt einen guten Überblick einfach über die Meta-Aktie hast. Die Wahrscheinlichkeit ist einfach ziemlich hoch, dass wir jetzt hier in diesem Bereich einfach jetzt drehen werden. Und diese Gefahr solltest du denke ich nicht aus dem Blick lassen. Vielleicht einfach mal, damit du mal Zahlen hast, ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt auf diesem Intervall bis 600 US-Dollar wirklich den Hochpunkt haben, sollte bei ungefähr 70% liegen, ja. Das heißt, in 70% der Fällen sollten wir dort einen Hochpunkt haben, in 30% der Fälle steigen wir vielleicht sogar noch höher. Und das ist halt schon ein relativ starker Prozentwert an der Stelle. Deswegen, ja, guck mal, dass du da jetzt vielleicht langsam mal einen Ausstieg findest bei Meta. Aber ich glaube nicht, dass du es wirklich bereuen wirst. So, was heißt jetzt hier Rücksetzer? Auch das ist natürlich immer so ein bisschen die Frage. Also ich halte einen realistischen Rücksetzer hier so runter, so bis auf 300 US-Dollar durchaus für eine realistische Sache. Wann könnte der stattgefunden haben oder stattfinden? Ja, also ich gehe davon aus, so bis Ende des Jahres, dass wir wahrscheinlich einen Rücksetzer hier so in diese Größenordnung sehen werden. Ja, so, das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Müssen wir einfach mal schauen. Und dann würde ich vorschlagen, sehen wir uns doch einfach im nächsten Video oder am Donnerstag im Investmentclub. Mach's gut, mein Lieber. Ciao.